Jo Leute, herzlich willkommen zurück und dann nehmen wir uns direkt hier einfach mal Snowy Ridge vor, wenn wir noch auf der Geldverdienentour Das werde ich bestimmt mindestens noch zwei, dreimal fahren müssen, das ganze Ding hier, damit Kohle an Land kommt 3, 2, 1, los! Wenn, dann denke ich mir, so muss ich mir am besten einen F50 holen gegen den Maranello Wäre sonst bescheuert, wenn ich wieder einen Maranello gewinne und habe aber schon einen Maranello und der F50 scheint mir genug Power zu haben Den müsste ich mir dann erlauben können erstmal Gucken wir mal Jetzt muss ich den Maranello hier erstmal sauber durchkriegen, damit mir das ganze nicht so viel Kohle kostet wegen Reparaturen und sich die 130.000 oder was das waren auch ordentlich lohnen Die Renditen kommen nicht von ungefähr Ja 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 Zweite Runde. Die 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 Runde.